Fazit Beste Kölngeil, taucht nix ilyen aah 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 jetzt gehts in den wald jetzt gucken wir mal ob wir die Lenker gehalten kriegen oder ob wir direkt die abschmieren da ist jetzt jemand hinten auf der wenn ich sagen würde, es ist angemehm wäre das gelogen so, dann gucken wir mal so, dann klingeln wir mal an nicht alle was davon haben so, dann kommt die so, dann geht's wir alle so, dann geht's wir alle hier so, dann geht's wir und Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hier. Ja. Falsche Trail. Hier ist der Trail. Stehen da extra Schilder. Seit wann ist denn hier eine Schranke? Alter, ist aber neu. Hier ist der Trail. Da kommen jetzt noch mal so ein paar Pfützen. Hier ist der Trail. Na ja, der Trail ist übertrieben, aber besser als nüscht. Nüscht. Oh, nasser Trail. Feuchter Trail. Alter. Okay. Nur nicht stehen bleiben, Max. Nur nicht stehen bleiben. Alles andere ist egal. Fahr am besten in der Mitte. Oh, scheiß Idee. Oh, scheiß Idee. Ah. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Nichts? Gar. Oh, scheiß. Ach existiert. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schweige dir, den Sprung abzuziehen. Da ist ein Baum. Das ist ein bisschen schlammig hier. Beziehungsweise so nass, dass man fast mit einem Roteurwild fahren könnte. Ameisenhaufen. Wir sind hier mitten im Erdbeeren-Gebiet. Was für ein geiler Feld. Oh, langsamer. Und wieder ein querliegender Baum. Okay, all right. Enden up. Okay, all right. Okay. 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 Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Jawohl, knallhart durchgezogen. Super. Supermax. 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 Vielen Dank.